Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Vor ein paar Wochen habe ich das Xiaomi Mi 9T getestet. Der ein oder andere von euch erinnert sich vielleicht noch. Ich war von diesem Smartphone wirklich ziemlich angetan. Das Design, das Display, die Akkulaufzeit. Ich bin einfach der Meinung, dass es momentan preis-leistungstechnisch extrem viel zu bieten hat. Ich hätte mir nur eine etwas bessere Kamera und einen stärkeren Prozessor gewünscht, habe ich ja damals schon gesagt. Da trifft es sich natürlich ziemlich gut, dass es auch noch das Xiaomi Mi 9T Pro gibt und das bietet genau das. Und auch wenn es jetzt lange Zeit so aussah, als würde dieses Smartphone nicht zu uns nach Deutschland kommen, kann man es mittlerweile auch hier ganz offiziell kaufen. Und in den letzten Tagen haben mich wirklich extrem viele von euch gefragt, ob ich mir nicht auch das Mi 9T Pro noch anschauen könnte. Genau das will ich sehr, sehr gerne natürlich machen. Ich habe jetzt eins besorgt, das wollen wir heute erstmal zusammen auspacken. Und ich spreche natürlich über meine ersten Eindrücke. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und würde sagen, los geht's! Die Verpackung sieht eigentlich genauso aus wie die des normalen Mi 9T. Nur haben wir hier jetzt eben ein etwas anderes Hintergrundbild. Betont aber natürlich wieder ganz schön die cleane Front mit der Pop-Up-Kamera, sehr dünne Displayränder und hier steht jetzt eben auf der Vorderseite Mi 9T Pro. So, ansonsten ist die Verpackung relativ unspektakulär. An der Seite nochmal der Name auf der Rückseite gar nichts. Interessant ist allerdings das, was hier auf der Oberseite steht, weil mich immer wieder viele von euch fragen, wie sieht das denn mit den Xiaomi Smartphones bei der Reparatur aus? Also wenn mal was defekt sein sollte. Ich kann es euch tatsächlich auch noch nicht sagen, weil ich persönlich noch nicht so einen Fall hatte. Aber hier oben steht eben, wer dafür der Ansprechpartner ist. Ist ein Ansprechpartner in Deutschland. Gilt allerdings, soweit ich weiß, nur für die Geräte, die auch wirklich hier in Deutschland gekauft wurden. War ja jetzt in den letzten Tagen groß in den Medien. Xiaomi macht auch endlich offiziell den Move nach Deutschland. Soweit ich weiß, gibt es aber schon länger einen Importeur, der diese Geräte halt einfach für Xiaomi nach Deutschland importiert, an die ganzen Händler verkauft und so weiter. Also Amazon, Cyberport, Notebooks billiger und so weiter. Ja, das nur so ein bisschen als Hintergrundinfo. Also es gibt auf jeden Fall einen Dienstleister in Deutschland, der im Garantiefall für die Geräte zuständig ist. Ob das dann auch für die Geräte gilt, die man beispielsweise aus China importiert, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die sich da querstellen. Denn weiß ich aber, wie gesagt, nicht. Das weiß vielleicht der ein oder andere von euch. Könnt ihr mich dann gerne unten in den Kommentaren wissen lassen. Und natürlich auch alle anderen, weil ich glaube, dass das ein sehr interessantes Thema ist. So, ich habe das Gerät hier bei Amazon gekauft. Die UVP sind 450 Euro, wie gesagt, bei Amazon. Die haben jetzt jetzt, glaube ich, erstmal exklusiv. Soll dann aber bald auch bei vielen anderen Händlern verfügbar sein. Und die ersten 3000 Exemplare gab es, glaube ich, für 399 Euro. Das ist natürlich ein deutlich interessanterer Preis. Ich habe hier die Farbe Carbon Black. Es gibt allerdings wieder drei verschiedene Farben, nämlich auch noch Glacier Blue, Flame Red. Die kommen aber, glaube ich, erst etwas später. Und das ist hier halt schon die 128 GB Version. Also es gibt hier in Deutschland vom Mi 9T Pro nur diese 128 GB Version mit 6 GB RAM. Das, finde ich, macht dann den Preis von 450 Euro, also diese UVP, auch wieder etwas nachvollziehbarer. Da es ja das Mi 9T, meine ich, mittlerweile schon für um die 300 Euro gibt, dann allerdings mit 64 GB Speicher. Ich denke, dass der Preis sich hier recht schnell bei um die 400 Euro einpendeln wird und dann wird es natürlich richtig interessant. So, jetzt endlich zum Unboxing. Sorry für die ganze Rumlaberei, aber ich finde dieses Xiaomi-Thema momentan einfach sehr interessant. SimiJack-Tool, Tray, Hülle ist natürlich, glaube ich, war beim Mi 9T auch schon mit dabei. Das ganze Papierzeug, Warranty-Card und User-Guide. Schauen wir uns dieses Case der Vollständigkeit halber kurz mal an. Ich meine, ich habe das Mi 9T jetzt leider nicht mehr da, aber ich meine, dass das exakt das Gleiche war. Ist so ein mattes Kunststoff-Case. Ist jetzt nicht das super Hochwertigste, aber ist halt ganz nett, dass das mitgeliefert wird und macht auf jeden Fall auch keinen billigen Eindruck. So, ich erinnere mich, ich glaube, ich hatte auch schon beim Mi 9T die Probleme, das Smartphone hier so rauszuholen. So, das ist das Xiaomi Mi 9T Pro. Schauen wir uns gleich noch etwas genauer an. Jetzt werfen wir zunächst einen Blick auf den Lieferumfang. Interessant ist für mich eigentlich nur das Netzteil. Wieso, werde ich euch gleich erzählen. Aber wir haben hier natürlich auch ein USB-C-Kabel mit dabei. Ist ganz normal, wie der USB-C 2.0, wie auch beim Mi 9T. Wie auch beim Mi 9. Da, finde ich, könnte Xiaomi schön langsam, zumindest bei den teureren Smartphones, den Move auf USB-C 3.1 machen. Finde ich, geht aber noch okay. Also bei diesen 450 Euro UVP-Kopfhörer sind keine mit dabei. Aber es ist hier das Netzteil mit dabei. Und ich frage mich gerade ernsthaft, wie ich das hier rausbekommen soll. So, jetzt habe ich es geschafft. Also das war hier irgendwie, es wurde halt hier unten festgehalten. Also ich habe mich nicht ganz blöd angestellt. Das war schon einfach komisch gemacht. Interessant ist hier bei dem Netzteil, ich weiß jetzt nicht mehr, welches beim Mi 9T mitgeliefert wurde. Könnt ihr mal im Unboxing da nachschauen. Aber das hier ist auf jeden Fall, wenn ich hier richtig rechne, ein Netzteil mit einem maximalen Output von 18 Watt. Wie halt auch beim Mi 9T. Das Smartphone hier, also das Mi 9T Pro unterstützt theoretisch allerdings 27 Watt. Also das ist einer der wenigen Unterschiede im Vergleich zum normalen Mi 9T. Aber wenn ich hier richtig nachrechne, werden diese 27 Watt mit diesem Netzteil hier leider nicht erreicht. Wollte ich euch auf jeden Fall wissen lassen. Wie gesagt, auch da korrigiert mich gerne unten in den Kommentaren, wenn ich da irgendwie falsch gerechnet habe. Ich werde das natürlich auch nachprüfen. Aber jetzt so sieht es aus, als wäre das halt eben dieses Standard 18 Watt Netzteil und nicht 27 Watt. Etwas schade. Gut, das war es ansonsten vom Lieferumfang. Relativ unspektakulär. Im Prinzip glaube ich das gleiche wie auch beim Mi 9T. Jetzt wollen wir uns das Smartphone etwas genauer anschauen. Und damit kommen wir jetzt also endlich zum eigentlichen Star der Show, dem Xiaomi Mi 9T Pro. Hier stehen auch schon die wichtigsten technischen Daten drauf. Gehen wir aber im Laufe des Videos eh noch durch. Jetzt hole ich es erstmal hier aus dieser Folie raus. Und ich glaube, ja, das dürfte einige nette Geräusche geben. Ich hoffe, ihr konntet was hören. Immer wieder schön diese typischen Unboxing-Geräusche. Ich ziehe hier auch mal noch diesen Sticker mit der E-Mail und so weiter drauf auf der Rückseite ab. Und dann haben wir das Smartphone hier in seiner ganzen Pracht vor uns. Ja, was soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, ich habe ein Mi 9T in der Hand. Die Abmessungen, das ist alles komplett identisch. 157 x 74 mm. 8,8 mm dünn. Sogar das Gewicht ist mit 191 Gramm komplett gleich. Also hier gibt es wirklich keinen Unterschied. Ich habe jetzt leider, wie gesagt, das Mi 9T nicht mehr da. Aber ich weiß ja noch, wie sich das angefühlt hat. Und das war genau so. Wir haben wieder ein 6,4 Zoll großes AMOLED-Display, das mit 2340 x 1080 auflöst. Das sollte das gleiche Panel wie beim Mi 9T sein. Das sollte das gleiche Panel wie beim Mi 9 sein. Also wirklich ein sehr, sehr gutes Display. Und wir haben auch wieder diese 20 Megapixel Pop-Up Frontkamera mit einer Blende von f2.2. Und dadurch natürlich eine super, super cleane Front. Generell mit schönen, dünnen Displayrändern. Nur das Kinn hier auf der Unterseite könnte natürlich noch etwas dünner sein. Aber dadurch, dass wir hier einfach keine Notch haben, keine Aussparung, gefällt mir das persönlich von vorne betrachtet deutlich besser als ein Großteil der anderen aktuellen High-End-Smartphones. Flaggschiffe, sage ich jetzt mal. Obwohl das hier natürlich nicht so wirklich ein Flaggschiff-Smartphone ist. Außerdem haben wir auch wieder einen In-Display-Fingerabdrucksensor. Ist ein optischer Sensor, gehört für mich persönlich aber auch zu den Besten auf dem Markt. Auf der linken Seite dann der Metallrahmen. Natürlich in Hochglanzoptik fühlt sich sehr hochwertig an. Super angenehmer Übergang zum Display auch. Das Display ist natürlich nicht gebogen. Auf der Unterseite der Einschub für bis zu zwei Nano-SIM-Karten. Es ist zwar Dual-SIM-fähig, der 128 GB große Internetspeicher. Kann Xiaomi typisch allerdings nicht erweitert werden. Wie gesagt, hier gibt es in Deutschland momentan auch nur die 128 GB Version, zu der ich aber sowieso greifen würde. Auch beim normalen Mi 9T. Dann der USB-C 2.0 Port. Ein erstes Mikrofon, der Lautsprecher. Auf der rechten Seite der optisch hervorgehobene Power-Button und die lauter Leiser-Wippe. Und auf der Oberseite haben wir noch ein erstes Mikrofon, den 3,5 mm Klinkenanschluss. Für viele Jahre ein großer Vorteil im Vergleich zum Mi 9. Und dann hier eben der Bereich oder dieser Slot für die Pop-Up-Kamera. Und ihr wisst es ja, das Ganze fungiert auch als Benachrichtigungs-LED. Kann also leuchten. Ist meiner Meinung nach echt eine coole Idee. Habe ich ja beim Xiaomi Mi 9T schon ziemlich gelobt. Es ist nicht gegen das Eindringen von Wasser- oder Staubgeschütz. Zumindest nicht offiziell. Das kennen wir von Xiaomi ja auch. Kommen wir zur Rückseite. Die besteht wieder aus Glas. Zu den Seiten hin leicht abgerundet. Hier bei der schwarzen Version haben wir wieder diesen Carbon-Look unter dem Glas. Deshalb halt auch Carbon Black. Ich habe es ja schon gesagt, mit diesen roten Akzenten auch beim Power-Button. Für mich tatsächlich momentan auf dem Markt eines der schönsten Smartphones. Nicht nur wegen der schönen Vorderseite, sondern vor allem auch wegen der schönen Rückseite. Ich glaube in Blau oder Rot dürfte das noch viel besser aussehen. Hatte ich aber noch nicht in der Hand. Und eben super hochwertig, super verarbeitet. Das ist auch für 450 Euro absolut geil. Interessant wird es jetzt hier natürlich bei der Kamera. Wir haben wieder eine Triple-Kamera. Das sieht alles genauso aus wie beim Mi 9T. Ist es aber nicht. Das neue ist der Hauptsensor. Die 48 Megapixel Kamera mit einer Blende von f1.75. Auch das klingt noch so wie beim Mi 9T. Es ist allerdings ein anderer Sensor. Es ist der Sony IMX586. Das ist der gleiche Sensor wie im Xiaomi Mi 9 und auch im Mi 9 SE. Wie gesagt, nur hier bei der Hauptkamera. Das ist quasi das große Upgrade. Die Weitwinkelkamera und die Telesumlinse sind exakt die gleichen wie beim Mi 9T. Falls ich richtig informiert bin. Nämlich 13 Megapixel Weitwinkel mit einer Blende von f2.4. 8 Megapixel Telesumlinse auch mit einer Blende von f2.4. Das ist beim Xiaomi Mi 9 SE genauso. Allerdings beim Mi 9 eben ein bisschen besser. Das hat eine bessere Weitwinkelkamera, eine etwas bessere Zoomkamera. Für mich persönlich jetzt nicht so wichtig. Ich will vor allem diese bessere Hauptkamera, damit das Ding bei schlechteren Lichtbedingungen bessere Aufnahmen macht. Aber ja, ich musste oft lesen, dass das hier das gleiche Kamerasetup ist wie beim Mi 9 und das ist es eben nicht. Also das hat beim Weitwinkel und bei der Zoomlinse noch etwas die Nase vorn. Bin aber echt gespannt. Also auf die Kamera freue ich mich schon. Ich hoffe, dass zumindest die Hauptkamera dann eben so gut ist wie beim Mi 9. Ansonsten haben wir einen 4000 mAh starken Akku wieder. Der nächste große Vorteil im Vergleich zum Mi 9. Leider halt ohne Wireless Charging. Also beim Fast Charging ist man jetzt auf Mi 9 Niveau. Aber es unterstützt halt leider noch kein Wireless Charging. Finde ich persönlich ziemlich schade. Das hätte für mich dieses Smartphone hier dann noch endgültig abgerundet. Ich schalte es jetzt mal ein. Ich hoffe, dass es etwas geladen ist. Es vibriert kurz. Es fährt hoch. Ich gebe euch die restlichen technischen Daten durch. Plattform ist natürlich wie der Android 9 mit Xiaomi MiUI Prozessor. Prozessor, und das ist wohl das größte Upgrade neben der Hauptkamera, ist jetzt eben der Snapdragon 855. Der gleiche wie im Mi 9 Octacore mit, ich glaube, 2,84 GHz. Das ist halt der absolute Flaggschiff-Prozessor von Qualcomm momentan. Das für 450 Euro UVP, beziehungsweise 400 Euro in diesem Flash Sale, ist schon sehr, sehr geil. Und dazu gibt es dann natürlich noch 6 GB RAM. Also ich finde so, von der Hardware her ist das jetzt das, was das Mi 9T von Anfang an hätte sein sollen, oder sein können, sage ich jetzt mal. Der Preis ist natürlich noch etwas zu hoch mit diesen 450 Euro. Die 400 Euro finde ich aber absolut geil. Also auch wenn man bedenkt, dass hier eben 128 GB Speicher verbaut sind. Ich werde jetzt die Kamera testen, und das ist für mich so das Wichtigste. Und natürlich auch mir anschauen, wie ist die Performance hier. Merkt man irgendwas von einem stärkeren Prozessor? Dann werde ich auf jeden Fall noch ein abschließendes Fazit dazu machen. Lasst mich gerne wissen, ob ihr ein vollwertiges Review sehen wollt. Wie gesagt, ich werde da immer wieder auf den Vergleich zum Mi 9T eingehen. Ich habe aber leider keinen Sinn mehr hier, aber vielleicht kann ich noch einen Mi 9 organisieren und da dann so einen Vergleich machen. Oder ich mache halt, wie gesagt, einfach nur ein kurzes Fazit. Aber ihr werdet auf jeden Fall noch mal was dazu hören, weil ich glaube, das dürfte einige von euch interessieren. Lasst mich gerne und in den Kommentaren wissen, was euch explizit interessieren würde, was für ein Video ihr euch da als Fazit wünscht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.